Grillkäse, was ist denn mit dem Gartensalat passiert? Oh verdammt, das warst du noch immer nicht am Witz, achso ich hab dich ja nicht aufs Witz geschickt. So verwenden, dann die Dusche und du kannst jetzt weilen was tolles kochen. 18 Stunden da wieder arbeiten gehen. Achso, sollte vielleicht auf play klicken, dann tut sich auch was. Und das kannst du aufrollen. Du kleine Matrosenkostuch. Wann muss wer? 20 Stunden, 14, 14, 14, ok. Was hat er für Schmerzen? Erfrischt. So wegen Camping. Dann wachen sie alle auf. So was machst du nach dem Essen? Ja. 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 So und ihr müsst, haben wir alles abgeschlossen, ok, spielen mit. Machen wir in der Gegend, so machen wir das. Dann machen wir aufräumen. Die steigen jetzt ihre Fähigkeiten wieder. Die haben noch gegessen und die haben noch immer angeredet. Ok. Da machen wir zwei richtig schlaue Kinder draus. Elf Stunden. Hm. Auf Dollar hat sie bekommen, fürs Plugin. Achso, das war's hier mit den Liedern. Liedern. So und ihr. Abgeschlossen, ok. Super. 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 So, du darfst dann wieder was kochen. Ne, du darfst tun, was du willst. Wie er kocht. Machst du das auch richtig? Aha. Phillogy. Haha. Hm. Die haben ein Windows System sehe ich gerade. Hier unten die Taskleiste. Die ist wieder aufgefahren. Mr. Windows 7. Und auf jetzt. So, sieh drin. Treibst denn du da? Ja. Du darfst dann auch noch. Ne, du darfst. Ja. Ja. Das ist wirklich toll. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. müsst ihr in neun stunden